Im deutschlandweiten Städteranking belegt Gelsenkirchen Platz 401 und schneidet am schlechtesten ab. Gelsenkirchen? Dort habe ich doch eine Studienzusage. Was wohl meine Familie dazu sagen würde? Nach Gelsenkirchen? Ich glaube, ich besorge dir Pfefferspray. Alles. Aber komm mir bloß nicht mit zum Schalker. Papa? Darf ich dann ihr Zimmer haben? Dann können wir das Ganze gleich auch hier beenden. Hm, so schlimm kann es jetzt auch wieder nicht sein. Das schaue ich mir mal an. Mann, was geht denn hier? Überall diese Fußballfans. Das war jetzt ja doch ganz nett. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal sehen, was die Stadt kulturell zu geben hat. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay, das ist jetzt aber wieder nicht so schön. Obwohl, das hier sieht nicht schlecht aus. Daraus könnte ich noch was machen. Was für eine schöne Aussicht. Ja, ich glaube, hier ziehe ich hin. So, hier sehen wir einfach die Küche. Die Wohnung gefällt mir auch echt gut. Ist bestimmt teuer. Oh, nee. Doch, ganz schön günstig. Ich mach's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020